In Fabriken gibt es selten transparente Datenlage zu Ersatzteilbeständen für die Produktionsanlagen. Dies führt zu unnötig hohen Beständen, zu hohen Kosten und geringer Flexibilität. Gemeinsam bieten wir nun ein ganzheitliches Ersatzteilmanagement für unsere Kunden an. SpareTech sorgt mit seiner Software für eine fehlerfreie und vollständige Datenbasis. Lidec übernimmt die Produktionsinstandhaltung sowie das Ersatzteilmanagement. Wir sind gemeinsam angetreten, um das digitale und physische Ersatzteilmanagement zusammenzubringen. Ziel dabei ist es, unseren Kunden zu helfen, sowohl Bestände zu reduzieren, als auch Fabrikkosten zu senken. Wir glauben an eine Zukunft, in der Ersatzteile nicht überall bei jedem Kunden im eigenen Lager liegen, sondern immer überall verfügbar sind, dank transparenter Datenlage. Lidec ist ein Service-Spezialist und in über 300 Fabriken weltweit tätig. Und das sind wir seit fast 60 Jahren für große Kunden aus der Automobilindustrie. Wir bieten Instandhaltungslösungen und auch Ersatzteilmanagement-Services heute schon an und wollen das nun auf das nächste Level heben, indem wir eine Kombination aus unserer Technologiekompetenz in der Produktionsinstandhaltung als auch unsere Prozesskompetenz in der Ersatzteillogistik kombinieren und dadurch einen Mehrwert für den Kunden schaffen. Speretec ist der führende Anbieter für die automatisierte Datenverarbeitung von Maschinen- und Anlagensatzteilen. Einerseits ermöglichen wir, saubere Produktdaten im System neu anzulegen, neue Stücklisten mithilfe moderner Matching-Technologien automatisiert zu verarbeiten und über den Lebenszyklus der Produkte hinweg immer über Abkündigungen und Updates informiert zu bleiben. Auf diese Weise werden datengetriebene Entscheidungsprozesse für unsere Kunden im Produktionsverbund möglich. Die Sendung vom Jacob Akimon Die Sendung vom油理 Die Sendung vomamelia Deine juice Die machen